Du hast die Macht. Demnächst an der Ausfahrt 7. Rechts ab. Oh, das hat Spaß. Aber es wird gar nicht mehr witzig, wenn man das sagt. Markus, du filmst den schon, okay? Das Schild von der Tunesischen Botschaft. Wir kommen dann, wenn du uns ein Zeichen gibst. Wir würden euch jetzt gerne das Material von unserem Protest zeigen. Jedoch hat kurz nachdem wir fertig waren, die Tunesische Botschaft die Polizei angerufen. Die kamen dann auch, haben uns dazu gezwungen, unser Material zu löschen, weil wir gegen das Versammlungsgesetz und das Bannmeilengesetz vor Botschaften verstoßen haben. Wären wir nur zu zweit gewesen, wäre es anscheinend gegangen. Wir waren zu dritt. Pech gehabt. Wir sagen trotzdem Solidarität mit Femen, Free Amina, du hast die Macht. Wir waren zu dritt. Pech gehabt.